Einmal Schöllkraut und L'herbe à Véreux oder auch La Chélidoine. Dieser Saft ist in den ganzen Pflanzen vorhanden, natürlich in den Wurzeln ganz besonders, aber auch sogar im Samen und so. Und dann, wenn man ihn abbricht, wird der gälte Saft orange und das kann man einsetzen, indem man es genau auf die Wärze tut. Nicht nebenan, es frisst, also etwas, das weit hinein wirkt und danach vernichtet die Wärze. Und Chélidoine kommt aus dem Griechisch, das sind die Schwalbe, der Name. Und die Schwalbe, wenn die Joisillons eine Haut auf den Augen haben und nicht schauen können, holen die Schwalbe, holen das und tun das den Kleinen in die Augen, das fressen. Und in der Geschichte gibt es sogar blinde Kinder. Und früher habe ich eine Geschichte gelesen, hätte man das auch gemacht, um das wegzunehmen, wenn es so wie ein Schleier hätte, wie ein Häutchen. Und das ist alles altes Wissen. Also Chélidoine von der Schwalbe. Gehört zu den Papaveraceae, also zu den Bidämonen. Und hier...